Es gibt jetzt nicht nur ein Surf-Hostel, es gibt jetzt auch eine Bar als LKW ungebaut. Unter diesen ganzen Vans befindet sich nämlich auch ein Van, der Friseur ist. Ein schöner Weg mit sämtlichen tierischen Begleitungen. Der Tag beginnt gut, Pablo in der Werkstatt abgegeben, gehen auf den Berghaut. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind wieder in Tarifa gelandet. Dem Wurmloch Tarifa. Ja, irgendwie kommen wir hier nicht weg. Ist auch gar nicht schlimm, weil es ist irgendwie ein schöner Ort. Wir mögen die Stadt, wir mögen die Vibes hier, wir mögen die Menschen hier. Und es fühlt sich auch immer so ein bisschen an, wie ankommen. Ich muss sagen, es hat sich irgendwie so angefühlt gestern, als wenn wir in so ein kleines Zuhause wieder ankommen. Wir wurden wieder herzlich empfangen von den ganzen Leuten, die wir hier kennen. Und in der Episode wollen wir euch jetzt mal ein bisschen zeigen, wie das hier alles so abläuft. Weil wir schon finden, dass das irgendwie ein spezieller Ort ist. Aber seht am besten selbst. Also wir haben schon jetzt nur zwei Namen und selbst die kriegen wir nicht auf die Kette. Ja, Bärbel, Bärbel 1, sieht nicht ganz so fresh aus. Also alle Pflanzenkenner unter euch, vielleicht könnt ihr uns eine Ferndiagnose geben. Die Blätter werden irgendwie leicht gelblich, haben hier auch schon so ein paar braune Punkte. Laut unserem Wassermesser ist sie aber gut genährt. Also was kann ich tun, damit das Bärbel 1 besser geht? Sorry! Schmeckt gut? Ja, ja, gehen wir spazieren. Wollen wir jetzt die Kaffee dazu? Dann gehen wir spazieren. Dafür müsstest du auch die Kaffeetasse. Ich würde mitkommen, ich bin jetzt nur nicht so auf den Sprung fertig. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, ich würde auch jemanden hier austrinken und schrauben sich böse. Das wird hier. Das geht doch noch. Das ist richtig. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Die Sprungsgruppe setzt sich los. Wir gehen auf den Back-Au. Und über die Kneipe. Über die Kneipe. Ich bin gespannt, wo wir enden heute. Der Stellplatz der Kuriositäten hat ein neues Level erreicht. Es gibt jetzt nicht nur ein Surf-Hostel, ein Kite-Hostel auf vier Rädern. Beziehungsweise auf acht Rädern, glaube ich. Es gibt jetzt auch eine Bar als LKW umgebaut. LKW als Bau. Danke, danke. Aus dem Off. LKW. 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 gemacht denn jetzt setzen wir unsere wanderroute fort das ist eine sehr schöne aussicht und ein schöner weg mit sämtlichen tierischen begleitungen was wir noch auf der liste irgendwas war noch kam noch die kuhglocken hört man ja schon also ein geier wenn wir einen geier heute sehen fremden führer peter das wäre natürlich sehr deluxe das würde ich gerne gerne bestellen eigentlich in der fahrung noch landen habt ihr den richtig nah gesehen oder war der bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt sind wir wohl genährt und jetzt machen wir ein bisschen Spott Ich weiß nicht, ob ich das Spott bezeichnen würde Aber nach dem leckeren Frühstück kommt erst mal das Aufholen Das ist in einem Van sehr wichtig, denn sonst sieht so ein kleiner Raum sehr, sehr schnell, sehr verkramt aus und jetzt mal eine dritte Frage, wie bought das aufholen muss? Das war's für heute. Du hast nicht genug supportet, ihr habt verloren. Ja, aber Roti hat gewonnen, ich habe Roti supportet. Einfach mal einen falschen supporten hier. Hey, meine Fresse. Frauen müssen sie machen. Action-Shot. Das ist doch nicht, Alter. Ja. 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 Nice. Ja. 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 Musik Bist du zufrieden? Ja, richtig zufrieden. Also wir verlinken euch das Instagram-Profil unten im Video, weil er hat sich richtig viel Zeit genommen. Ist super nett, super sympathisch und ja, ich bin auch echt happy. Sieht wieder echt gesund aus. Mega, ja. Macht mich gerade sehr glücklich. Gibt es halt Chefin? Sag das nicht immer. Bist du nicht Chefin? Nein. Aber es gibt mal wieder. Wie immer, wenn du filmst, wenn ich koche, gibt es entweder Nudeln oder Curry. Und heute gibt es Gemüse-Tofu-Curry mit Reis. Sehr lecker. Wir waren gerade eben noch bei Nico und Sandro drüben. Noch ein bisschen geschnackt. Nico war nämlich heute auch beim Friseur. Und Nico und ich haben ja vorhin noch unseren Sauer-Tag-Starter gemacht. Da ist er. Ja? Mal gucken. Morgen müssen wir ihn wieder füttern und dann schauen wir mal, ob das was wird. Und wann ist er fertig, der Sauer-Tag-Starter? Also wenn alles gut geht, dann können wir am Freitag Brot backen. Also in fünf Tagen. Fünf Tage braucht es. Ja. Und viel Liebe und Geduld. Cool. Ich bin gespannt. Ja, wir sind alle gespannt. Aber es macht, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten unseren Spaß beim Ansetzen. So, und jetzt nehmen wir hier erstmal Erdnussöl. Und das Gemüse anzubauen. Ich habe leider keine Kokosnussmilch bekommen. Aber ich habe noch Kokosöl. Und dann machen wir es einfach, füllen es einfach mit Milch auf. Guckt aus, oder? Und, oh, hätte ich fast vergessen. Wir haben sogar ein bisschen Chili. Und dann machen wir es einfach mit Milch auf. Wenn es mal keine Nudeln sollte sein. Ey. Die Zuschauer glauben das noch, dass wir immer Nudeln essen. Ey, komm. Schon viel Nudeln. Der Tag beginnt gut. Wir haben gerade Pablo in der Werkstatt abgegeben zum Ölwechsel. Und Anne ist krank. Schon wieder. Irgendwie ist es ein bisschen verflucht gerade. Wir sind abwechselnd krank. Das Wetter spielt irgendwie nicht so mit. Und wir erkälten uns die ganze Zeit. Ich hoffe, dass es schnell geht. Ja, es kam auch quasi über Nacht. Also, gestern ging es mir noch gut. Und heute Nacht. Von jetzt auf gleich. Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Nase. Ich habe mega Schmerzen auf den Bronchien. Das Auto hat exakt, aber wirklich exakt noch einen Zentimeter reingepasst in die Garage. Ja. War echt eine knappe Sache. Naja, jetzt. Ölwechsel muss jetzt auf jeden Fall sein. Und. Dann gucken wir mal, dass wir es Anne wieder ein bisschen besser machen. Vier langen Stunden in der Werkstatt haben die guten Herren in der Tarifa-Werkstatt das richtige Öl gefunden und konnten dann auch den Fehlerspeicher löschen, sodass wir jetzt wieder ohne Ölwechsel-Fehlermeldung durch die Welt fahren können. Das ist doch ganz nett. Und. Ja, der Krankenpatient da hinten hustet ganz schön rum, hat jetzt schon ein bisschen geschlafen. Anne geht es nicht so gut. Das Wetter ist auch echt schlecht. Es ist so richtiges Erkältungswetter. Gefühlt sind auch echt viele Leute gerade erkältet. Deswegen scheint irgendwas gerade rum zu gehen. Ich habe hier gerade noch eine kleine Reparaturaktion hinter uns, weil unsere Heizung da hat ganz schön rumgesprochen. Und das wollte ich euch noch zeigen. So sieht das jetzt hier gerade aus. Ihr seht es hier. Ja, wir haben tatsächlich die Heizung nicht ganz so geschickt verbaut. Hier hätten wir noch eigentlich eine Revisionsklappe einbauen müssen, weil ihr hat jetzt tatsächlich das hier angezogen. Und deswegen hat die Heizung gesprochen und es ist immer wieder ausgegangen. Das ist klar, dass da keine Luft durchkommt. Hat schon Schiss, dass unsere Rohrleitungen nicht ganz so easy für die Heizung sind. Versuchen das jetzt wieder. Schließen alles an. Machen hier mal ordentlich sauber. Und dann geht hoffentlich die Heizung wieder. Von uns soll es jetzt auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen aus Tarifa. Aber der Ort ist wirklich echt besonders für uns und auch für viele andere Camper. Deswegen hoffen wir, dass wir euch ein bisschen das Feeling mit nach Hause geben konnten. Und dass ihr so ein bisschen den Eindruck bekommt, wie das Leben hier so am Strand von Tarifa ist. Ich hoffe, Anne geht es in der nächsten Woche besser. Und wir sind wieder in alter Frische für euch da. Und können euch eine tolle neue Episode präsentieren. Uns hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, das für euch zu machen hier. Falls ihr euch ein bisschen erkenntlich zeigen wollt und euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Mit der letzten Kraft winkt Anne im Hintergrund. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, alle zusammen. Tschüssi. Sag was mehr, ihr. Ja, ja, ja. Erzählen sie doch mal. Hahaha. Ich bin auch so. Hahaha.